Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Treff. Ich bin Oliver Ehreni, Medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute dabei bist. Heute gibt es ja ein Thema voller Leichtigkeit und Freude und etwas ganz was positiv optimistisches, ohne dabei zu übersehen, dass man auch mit diesen Energien in die Tiefe gehen kann. Freude ist ja eine Qualität, die auch öffnet. Also man muss für die Freude ja offen sein und die öffnet dann auch und macht alles etwas weiter. Und das ist dann natürlich auch eine gute Qualität, um Dinge in die Änderung zu bringen, ohne mal auf das große Drama zu bestehen. Normalerweise sagt man ja dann so im therapeutischen Kontext, naja, da muss ein Leidensdruck sein und irgendwo ist etwas dramatisch und schwer und zieht runter. Und dann wird man aufmerksam, aber man könnte das ja auch einfach mal in Gedanken umpolen und sagen, okay, ich möchte eigentlich aus der Leichtigkeit, aus der Freude raus meine Themen betrachten und da dann auch auf eine Lösung kommen. Nämlich nicht in diesem Drama verharren, sondern einfach eben da eine spielerische Qualität mit rein kriegen. Und die heutige Übung und der heutige Impuls ist dazu gedacht, einfach diese Qualität zu aktivieren, also diese Leichtigkeit, Freude zu aktivieren, um dadurch auch in eine Lösungsqualität reinzukommen. Und dann, ja, sich einfach alles anzuschauen und das aber unter einem freundlichen, wohlwollenden, sehr optimistischen Aspekt, also ohne da ins Drama reinzutapsen. Und jetzt schauen wir mal, wie wir diese Freude aktivieren werden und wie man da am besten jetzt dazu kommt. Und dazu leite ich jetzt gleich mal so energetisch an. Also schließ mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein. Und wieder aus. Und du erlaubst dir jetzt, dich von deinem Atem, der jetzt ruhig und gleichmäßig geht, dich in eine Entspannung bringen zu lassen. Und ganz wichtig ist, dass du gleich zu Beginn dieser Reise, dieser Meditation beginnst, alle Belastungen, alles was dich beschwert, was dich schwer macht, loszulassen. Sämtliche Belastungen auf der körperlichen Ebene werden jetzt von dir gelöst und lösen sich ganz leicht, so als würde ein Luftballon davon schweben. Sämtliche Belastungen auf der psychischen Ebene werden ganz leicht und so als würde ein Luftballon davon schweben, heben sich auch diese Themen nach oben. Sämtliche Belastungen auf der seelischen Ebene werden jetzt leicht und fliegen davon wie ein Luftballon in den Himmel. Sämtliche Belastungen aus deinem Familiensystem werden jetzt leicht und fliegen wie ein Luftballon davon. Und du atmest jetzt mal tief ein. Und wieder aus und spürst schon, dass du etwas mehr Freiraum hast, dass du etwas flexibler wirst, etwas mehr Spielraum und Weite in dein Leben gekommen bist. Und nun darfst du diesen Freiraum mit einer Qualität füllen, mit einer Farbe füllen. Und diese Farbe repräsentiert für dich jetzt die reine Freude, die reine Fröhlichkeit, die reine Heiterkeit. Und diese Qualität fließt jetzt in deinen Freiraum, erfüllt ihn und wird so Teil deines Daseins, Teil deines Wesens. Und du erlaubst dir jetzt, dass sich diese Leichtigkeit manifestiert und dass sie auch in jede Pore, in jede Zelle deines Körpers hineinfließt. Und diese Leichtigkeit und Unbeschwertheit erlaubt dir jetzt, alle deine Themen anzuschauen und diese auch zu lösen. Also alles, was bis jetzt gesteckt ist, vielleicht, ich möchte mir Ziele stecken oder was ist jetzt deine neue Perspektive für mich. All das geht jetzt ganz leicht, geleitet von Freude, von Neugier, von Aufgeschlossenheit. Und da spürst du richtig, wie in dir ein Licht, eine Sonne aufgeht, wie es immer heller wird und immer leichter. Und wie du spielerisch, tänzelnd, einen Fuß vor den anderen setzt und so immer mehr dieses Spiel, diesen Kreislauf des Lebens annimmst und absolut glücklich und zufrieden wirst. Und ab sofort versprichst du dir, in dieser Fröhlichkeit, Leichtigkeit, alle deine Themen anzugehen, zu bearbeiten und auch die Lösungen zu finden, die da zu dir passen. Atme jetzt nochmal tief ein und wieder aus. Beweg dich mal, streck dich durch und komm in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Wenn du dich gut spüren kannst, dann öffnest du deine Augen und lässt diese Fröhlichkeit einfach Teil von deinem Bewusstsein sein. Ja, und mit dieser schnellen Übung haben wir ganz leicht so Fröhlichkeit, Leichtigkeit ein bisschen aktiviert und du kannst natürlich jetzt auch mit dieser Qualität weiterarbeiten und ich freue mich natürlich, wenn du mir deine Erfahrungen, wie es dir auch gegangen ist bei dieser Reise, in die Kommentare schreibst. Wenn du ein Thema hast für eine Meditation, freue ich mich auf Inputs und sonst natürlich wie immer auf einen Daumen hoch, teile das Video, abonniere diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Ich bin Oliver Erreni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.